Konnichiwa ihr lieben Niners und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Wir spielen heute Oceans.io zusammen mit MGMOSMIT. Guten Tag und ich werde gleich mal verarscht und spawnen in der Qualle. Ah, du bist doch. Hi. Hi. Friss mich nicht. Ne, ich töte MGMG jetzt mal nicht. Oh mein Gott. Ja, nicht nach rechts schwimmen. Oder nach oben. Ja, oben sind auch ein paar tausend. Hi MGMG. Alter, hi. Oh, Orange kommt auch noch. Hier ist noch ein Schwarzer. Ich gehe noch unten. Ich bin auch ganz unten gerade. Oh, fuck, da sind auch viele. Wir sind scheinbar in einer guten Lobby gespawn. Oh, Qualle. Ich probiere mich nach oben zu kämpfen. Greift auch die Qualle nicht an. Also Ziel dieses Spiels ist es. Natürlich möglichst viele Punkte zu sammeln und man kann andere Fische attackieren. Allerdings muss natürlich der Schwarm dazu gut genug sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt noch mehr. Hilfe. Ich gehe mal. Und MGMG ist nur am rumheuen. Definitiv. Ja. Man kann die Fische auch kombinieren. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Auch wenn ich es nicht erklärt habe, was ich da mache. Also, Konski kommt mit der Leertrostel. Dann werden die ein bisschen größer und haben auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Muss man ja auch sagen. Würde ich jetzt mal so behaupten, weil ja mehr zum Essen dran ist. Ja, das kann sein. Das könnte sein. So. Wie viel Score hast du denn? Wo steht denn das? Links unten im Eck. 14. 21. 19. 20? Alter. Ich hole auf. Ja, ich kann gerade nicht so essen, wie ich gerne wollte. Meine können sich nicht kombinieren, obwohl dieselbe größer sind. Was ist denn los mit dem? Komm, 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 komm. Fress den. Fress den. Nein. Pick dich. Oh, fuck. Fuck, 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 Angel. Wer bist denn du? Ah. Ich bin was geschnaboliert. Ich bin fast in der Mitte gerade, ne? Genau. Fast in der Mitte. Ja, ich schwimme mal hoch. Ja, unten waren ja all die, all die Riesendinge, weißt du? Ja, ich habe da ein bisschen was von gesnackt. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, wie ich den Krebs krieg. Wie denn? Du musst einfach einen Krebs im Wasser finden, den musst du einfach nur einsammeln. Der gehört dir dann. Okay, der spielt dann für dich, oder was? Ja, genau. So, ich könnte mal wieder kombinieren. Ja, nicht kombinieren. Ja, mit den Tasten bin ich noch nicht ganz komfort. Kann man probieren, jemanden anzugreifen, aber bisher ist das noch nichts. Ich töte mal. Okay, ich töte doch keine. Doch, ich habe eine Qualle getötet. Bam. Qualle getötet. Tschüss. Muss man erstmal schaffen, ne? Ja. Ich probiere es lieber nicht. Oh, erstmal wieder kombinieren. Je nachdem, wie viele du hast, geht das relativ leicht. Und wie groß die auch schon sind. Alter, ich habe jetzt einen, der ist fast so groß wie in meinem Mainfish. Ja, habe ich auch schon. Was für einen Score hast du? 45. Was? Ich habe 34. 35. Ich habe gerade was Ertragreiches. So, kombiniert euch nochmal munter. Komm, angreifen. Qualle angreifen. Ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Ich bin down. Echt jetzt? Ich habe die Qualle down gemacht. Ne, habe ich nicht ganz geschafft. Ja, gut. Dann muss ich halt wieder von Anfang an anfangen. Ich bin ja eh schneller als du. Ich fress dich schon. Ob wir überhaupt ins Leaderboard kommen in der Aufnahme? Das ist jetzt auch mal so eine Ernsthaftigkeit. Das ist schwer, aber ich habe 35 gerade. Du hättest ja auch schon 45 mich verfolgen. Zwei Fische. Oh nein, meine zwei Fische von mir haben das zeitliche gesegnet. Haben sie sich wieder mit einem Gegner angelegt. Mit einer Kralle. Ah, doch nicht. Die haben gewonnen. Lolololol. Auf einmal kommen die Fische von ganz hinten wieder angeschwommen. Ja, jetzt wieder hochkämpfen. Das ist natürlich immer das Nervigste. Sich hochkämpfen ist ja bei Agaio nicht anders. Erstmal eine gewisse Größe entwickeln, bevor das mal wirklich in den offensiven Kampf gehen kann. Schon wieder ein Sings gewonnen. Das sind ja alles die Nachmachung von Agaio, ne? Da gibt es ja tausend, ne? Mittlerweile. Was man halt dazu sagen muss, es steuert sich ein bisschen schwammig, aber im Wasser auch ein bisschen natürlich. Die sind doch gleich groß. Warum bouncen die nicht zusammen, ne? Äh, sind sie unterschiedlich gefärbt? Ne, aber die haben unterschiedliche Augen vielleicht deswegen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Fische. Es gibt welche, die ein bisschen schneller sind und welche, die ein bisschen mehr... Ich bin 30. Gerade von 28 ins. Alter, was siehst du denn? Das ist 8. 27. Unten links, ja. Ah, ich bin 42. Ich muss mich noch hochschnabulieren. Alter. Ja, ich hab schon wieder 27 Dinger hier. Äh, 52 Dinger. Ach, gut. Er wollte sich auch noch kombinieren. Alter, hier flitzt grad ein Brauner vorbei. Ich flitze grad auch mega durch. Eieiei, so. Okay, die können sich wieder alle nicht kombinieren, schade. Ah, Qualle, 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 Qualle. Töte sie. Äh, ne. Boah, jetzt hab ich zwei große Fische schon. Fast. Jetzt hab ich score einfach. Qualle, 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 Qualle. Quallennerven ein bisschen. Komm, töte sie. Jawohl, sie ist tot. Oh, wick hier, wick hier. Aber meiner Typ hat mega gelöst. Nein! Was ist los? Ich bin von der Qualle weg und dann kommt ein Gegner. Oh, noch mehr Quallen. Ja, super. Oh, buh. Er ist ein Kugelfisch. Wieso ist er ein Kugelfisch? Ist noch kein einziges Mal gestorben. Man kann die, glaub ich, auch einsammeln, Kugelfisch. Der ist Kugelfisch. Echt? Ja. Das hab ich noch nicht gesehen bisher. Komm, holt welche. Auf einmal kommt ne Qualle aus dem Nichts. Aber wir haben die auch gefressen. Nice. Ich bin auch so gut wie, äh, ab und zu. 71 hab ich gerade. Ich bin 24 da. Ah, Respekt. Tauchst eh gleich im Leaderboard auf. Ne, da brauch ich noch doppelt or nothing quasi. Boah, ich hab nen Fisch getötet. Geil. Aber auch mehr Glück als Verstand. Oh, jetzt hab ich, ich hab nen Krebs auch jetzt bei mir. Hahaha. Mach ich jetzt auch gerade. Nein, weg hier, weg hier, weg hier. Ihr könnt mich mal... Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Nicht schön hier. Da sagt man, dass das unter dem Meer eigentlich schön ist, aber hier ist ein bisschen anstrengend gerade. Ja, das ist definitiv. Welche Farbe hast du nochmal? Ich bin so grün. Grünlich. Äh, ich auch. Ich könnte mit deinem Schwarm mitschwimmen, wenn er mich nicht attackieren würde. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Äh. Ich werd schon wieder von ner Qualle vernichtet. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Fick die Qualle. Was machen diese Fische mit den großen Augen eigentlich? Manche haben so ein bisschen größere Augen. Ich glaub, die kann man dann nie kombinieren. Keine Ahnung. Naja, da hätte ich jetzt noch nicht den Unterschied gesehen. Ich hab jetzt eine Qualle getötet. Im Prinzip war es ein Verlustgeschäft. Na, ist bei den Quallen glaub ich öfter in der Tat. Puh. Ich verfolg dein roter. Weg hier, weg hier, weg hier. Hahaha. Oh, hier ist ein Krebs wieder. Ah, dann hab ich zwei Krebse. Kann ich die dann zusammen merchen? Ne, geht nicht. Schade. Vor mir ist auch ein Krebs gespawnt. Sind die Krebs irgendwie noch besser oder so? Kann das einfach nur ein Schwarm kleine Fische. Ja, manche hab ich schon oft jetzt gesehen. Ah, okay, cool. Was denn? Ich kann einen Schwarm einsammeln. Wieso auch immer. Einen kompletten Schwarm oder was? Jaja. Er gönnt sich richtig. Wie viel da bist du dann? 20.55. Ich bin 19, 21 jetzt. 18er. Du gibst ja richtig Gas jetzt. Ich bin jetzt 13. Was? Wieso konntest du den Schwarm einsammeln? Keine Ahnung. Da war einer weg. Auf einmal wurden die Fische weiß und ich hab alle eingesammelt. Oh, du Lacker, ey. Ich konnte die einsammeln wie so ein Krebs. Finde ich jetzt auch lustig, aber... BAM! Ich hab jetzt einen Fisch, der ist wirklich genauso groß wie ich. Du Lacker, ey. Das gibt's doch nicht, weißt du? Wieso hab ich nicht mal so einen Lack? Ja, du hast genug Lack. Oh, ich hab... Ich hab einen Kugelfisch. 20. bin ich. Nix Lack. Ich hab jetzt ein Kugelfisch. So sieht's aus, mein Freund. 19er. Ah, die Qualle. Boah, ich denk grad, was fällt mich an. War da einfach ne Qualle am Start. Einer hat nur noch Gerippe von meinen Fischen. Haha. Ach, schade. Einer von meinen auch. Aber die kannst du wieder zusammen kombinieren und dann ist... Ah, das ist einer der Größeren. Die muss ich erstmal kombinieren. 19. oder 20. Ich komm nicht voran. Ich hab grad einem alle Fische geklaut. Gegessen, oder? Also gegessen. Also gegessen. Was ist bei dir? Ja, ich bin 14. gerade. 151er Score. 137 hab ich, also... Also... So weit bist du ja nicht weg. Also ich könnt... Ich kann mittlerweile in den... Aber ich hab grad auch richtig viel gegessen. Aber hab dadurch verloren. Ich wurde nämlich auch gegessen. Fuck. Ja, ich werd von hinten angegriffen. Das ist gar nicht geil. Taut der ab. Welche Farbe hast du denn? Grün. Ja, so auch grün. Fuck. Oh, ich hab'n gegessen. So grade noch. Ja, spreche dir. So grade noch überlebt alles. Uuuuh. Quack, 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 quack. Fuck, quack, 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 quack. Jetzt sterb' ich. Mal rum. Alter. Noch am Leben? Ne. Boah, klar. Mehr Tod als lebendig. Ich hab' zwei Gerippe-Fische. Wie viel Punkte hast du jetzt noch? 58. Hahaha. Direkt komplett runter, oder? Sogar ich hab' mehr. Fuck, ich werd' nur noch attackiert. 26. Die fokuss'n dich, oder was? Äh. Ja, ich bin hier grad in nem Knäuel drin, mehr oder weniger. Ja, ich bin down. Ich bin down. Meeeensch. Dann warst du so gut dabei. Nochmal alles von neu. Ne. Alter, und dann greift mich wieder instant ne Qualle an. Mein Glück, ne? Uh, da war einer bei mir in der Nähe wieder. Oh. Ja, munter einsammeln. Was geht. Mach' jetzt einfach einen Schwarm kleiner Fische. Scheiß drauf. Scheiß auf große Fische. Ich hab' grad ne Taktik gesehen, die ich mir dachte, die ist nice. Du musst ja im Prinzip auf nen Hauptfisch gehen. Echt? Ja, ja. Ach, damit man die Kleinen dann einsammeln kann danach, ne? Ja, genau. Ja, ist eigentlich nicht schlecht. Wobei ist eigentlich, glaub' ich, egal auf was du gehst. Aber du kannst dich halt zum Beispiel mit den kleinen Fischen viel besser umgeben. Um, ja, geschützter zu sein. Und halt der Gegner viel schlechter durch. Ach ja, ich bin eh schon wieder, hab eh schon wieder einen Score von 31. Ich hab' 119 gerade. Hab' ich dich ja gleich wieder. Ha! Ne Qualle hat mich gerade ein bisschen gefickt. Achtzehnter bin ich gerade. Kann ich nicht mal Top 10 jetzt kommen? 210 Punkte brauchen wir dafür, ne? Ja, bist ja gleich drin. Außer du, äh, du isst den erst mal. Dann nicht. Man, schon wieder so ne Fickqualle. Oh, hier ist wieder ein Krebs. Oh! Zack, nächster Krebs. Der ist hübsch kaputt. Die Krebse werden auch größer nach ner Zeit, ne? Okay. Mein einer ist nämlich größer als der andere. Deswegen fällt mir das so auf. Dieb! Das gibt's nicht. Total angefressen, der Junge, aber trotzdem nicht, Ding. Nicht tötbar. Na, der muss ja tot sein, nicht total angefressen. Noch ein Krebs. Der war vorher schon total angefressen. Oh, ne Qualle getötet. Weg, 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 weg. Noch ein Krebs. Komm mal an. 153, 15er bin ich gerade. Der ist so gut wie tot. Echt? Wo schwimmst du eigentlich gerade rum? Äh, fast mittig ungefähr. Bisschen weiter oben. Ich komm mal, ich versuch mal zu dir durchzudringen, wenn ich nicht schon wieder zusammengefressen bin. Ah, man kann die Krebse doch kombinieren. Seh ich gerade. Brauchst halt nur zwei gleiche Krebse, oder? Jaja. Jo, jo. Vorhin schwimmt ein Krebs. Den krieg ich nicht, war klar. Alter. Wo bist denn gerade? Ich seh dich nicht. Ich nehm mir grad einen auseinander. Hab bisschen was von dem kaputt gemacht. 14. Welche Farbe hast denn du? Graun. Ja. Hier schwimmt grad Laurie in der Nähe. Okay. Hier ist ein Fisch vor mir gespawnt, einfach ein großer. Also relativ groß. Okay. Auch nicht schlecht. Kann man sich ja mal gönnen. Hab ich mir direkt reingezogen. Ah, da bist du. Mit deiner kleinen Armee. Mit meiner kleinen, aber feinen Armee. Ja, ja. Nicht lang attackieren, nicht tun, nicht machen. Aus. Pfui. Ich schmecke nicht. Hilf mir mal lieber. Oh, ich hab nen Kugelfisch. Fuck. Das Duell. Kugelfisch gegen Kugelfisch. Ich hab gewonnen. Oh, fuck. Ich hab mega gedammt. Man. Jetzt kommt er da noch rein, oder was? Du wolltest Hilfe? Ich hab dir geholfen. Also beschwer dich nicht. Ja, ja, ja. Ich schwimm mal ein Ründchen weg. 13. Gerade. Mittlerweile brauchst du 270, dass du noch ins Leaderboard kommst. Ja, könnte aber noch passen. Ich zerstör grad nen Gegner komplett. Oh, jetzt hier schnell weg. Oh, fuck. 147, nur noch 16. Aber nen Gegner komplett zerstört. Wenn nicht gefressen werden. Weg, 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 weg. Oh, ich hab aber nen Gegner komplett auseinander genommen. Hast du auch seinen Mainfisch zerlegt? Ja, ja, alles. Alles. Komplett auseinander genommen. Leider nicht den Mainfisch zuerst. Ja, kommt vor, ne? Hier ist einer einfach AFK. Den hab ich auch komplett zerlegt. Ja, guten Appetit. Ja, das ist zumindest ein Spiel, wo du AFK gehen kannst. Und wenn du mitten in deiner Meute stehst, bist du eigentlich auch kaum zerstörbar. Ja, das geht. Also den hab ich schon ordentlich zerstört. Und der hat aber auch nur so kleine Fische, weißt du? Ich find's halt blöd, dass nur der Mainfisch frisst. Die anderen fressen gar nicht. Diese Partikel, oder? Ja, ja. Ja, das ist... Keine Ahnung. Sechzehnter Nummer. Ich will doch nur Top Ten kommen, Freunde. Ja, dann mach mal. Mach mal hin, ey. Ja, gegen den muss ich mich nicht andenken. Der war, glaub ich, grad der Sechste, wenn ich das richtig gesehen hab. Alter, was hat denn der für ne Armee? Wer bist du überhaupt? Leck mich am Hintern. Voll der riesen grüne Fisch. Doppel so groß wie der Mainfisch. Also richtig abartig. Ja, warst du wieder? Ich snack mich hier mal vorbei. Oh, nee, Qualle. Nee, komm, verpiss dich. Lass meine Fische in Ruhe. Zumindest hab ich noch keinen so aggressiven Fisch, der dann auf alles geht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist mein Krebs. Aha. Glückwunsch. Ah, die Krebse sind echt stark. Leck mich am Hintern. Und ich hab einen Kugelfisch eingesammelt. Der stand da noch so einsam rum. Dachte ich mir so, der braucht ne Herde. Guten Tag. Ach, Qualle, Qualle, Qualle. Qualle kannst du doch erledigen, oder nicht? Ja, trotzdem. Wüsste ich ja. Dreizehnter wieder. Oh, ich brauch 100 Punkte plus noch, um in die Top 10 zu kommen. Wie viele Punkte hast du denn? 168. Jetzt grade brauch ich wieder ein bisschen mehr. Oh, du denkst doch die Qualle grad zerlegt. Jetzt hab ich 174. Aber die Qualle kostet echt. Weg, weg, weg. Nein. Ich hab wieder ein bisschen verloren. Jetzt hab ich den Penner zerlegt, aber ich hatte nix von. Der hat viele große. Kann halt nicht. Manche Fische sind gar nicht so schnell, hab ich das Gefühl. Die kleinen sind meistens schneller. Aber dafür natürlich auch weniger aggressiv, ne. Die können dann auch weniger. Guck mal her, du. Die gerade wieder mal gemerged bei mir. Es gibt es nicht. Selbst der kommt weg. Was ich blöd finde, dass man sich nicht mehr rühren kann dann. Boah, Alter. Wenn man angreift, oder was? Ja. Das geht mir ein bisschen auf den Piss. Elfter grade. Ah, 9 Punkte nur hinter Top 10. Komm, Top 10 müssen wir schaffen. Ich probier hier extra grad ein paar Tasten aus, um irgendwas vielleicht noch rauszufinden. Komm, 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 komm. Aber hier passiert nichts mehr. Ich bin tot, glaub ich. Echt jetzt? Noch nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee, ich hab den anderen komplett gegessen. Uh, war das knapp. Boah, jetzt ist die Top 10 wieder weit weg, oder? Nee, ich bin... Jetzt Top 10! Zehnter. GG. Geschafft. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie sterben, damit wir die Folge banden können. Vorher wird hier nicht bandet. Hier ist noch ein riesen Fisch. Vorher wird hier nicht bandet. Und wenn es das letzte ist, was ich auf dieser Welt tue, oder? Alter, da hat einer... Übel. Einfach 15.000. Ich hab einen komplett zerstört. Ich esse eine Fische. Ah, wird er Top 9? Nee, nee, nee. 228. Ah, ich seh's grad. Ich kann ja mitverfolgen... Jetzt! Neunter! Respekt. Bam, man. Also erster... Hier sind noch Fische. So sind meine Ehrgerippe als die vom Gegner, versteh ich nicht. Weißt du's nicht? Jetzt bin ich tot. 253. 253. Da war ich Top 10, Freunde. Neunter war ich zwischenzeitlich. Ei, ei, ei. Also das ist schon nicht schlecht. Ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao! Ciao!